Hallo, Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornhub. Wir schauen uns jetzt die Galani GV 520 an in der Version 1.0. Das Ganze kommt vom Modding-Team RL. Modding gibt es neben PC und Mac auch für Playstation 4 und Xbox One. Und für die Dierende Kategorie Werkzeuge und dann Ballentechnik. Ja, hier haben wir das gute Stück. Galani GV 520 Rundballenpresse, 4000 Liter Füllvolumen oder Pressvolumen, 70 PS empfohlene Leistung, 20 km maximale Arbeitsgeschwindigkeit für 15.000 in der Anschaffung, 750 im Leasing. Mit Reifenhersteller und Reifenvariante stehen uns zwei Config-Blöcke theoretisch zur Verfügung. Standardgemäß ist Michelin eingestellt, da gibt es allerdings eine Standardbereifung. Und beim Hersteller Drellabor gibt es auch nur Breitreifen. Das war es dann auch schon. So sieht das gute Stück aus. Es sieht halt aus wie eine normale Ballenpresse. Wir haben hier Galiani mit dastehen, GV 520 und dann dementsprechend auch das Logo diesbezüglich. Hier haben wir noch ein paar Warnhinweise mit dabei. Genauso wie hier unten am Pick-Up. Ansonsten jetzt hier standardgemäß die Michelin-Reifen. Die sehen soweit gut aus. Vorne Anschlüsse, Zapfwelle, Kabel etc. pp. Hier oben, ganz interessant, eine Anzeige. Scheinbar für einen Druck oder irgendwie sowas in der Richtung. Habe ich da auch noch nicht gesehen. Ganz cool. Ja, an der Seite das gleiche in grün. Hinten Mac-Bereich logischerweise Auswurf. Hier auch nochmal Diegel, Bremslichter, Blinker. Was man eben so kennt. Und, ja, sieht aber toppy aus, muss man sagen. Kann man beziehungsweise nichts dagegen sagen. So, habt ihr schon was vorbereitet? Ganz klar. Anschlüsse passen. Alle dynamische Kabelschläuche sind auch mit dabei. Ganz klar. Ansonsten das übliche, wie hier Blinker, Bremslichter und Co. funktionieren auch alle. Ansonsten ist das halt eine stinknormale Rundballenpresse. Sprich V und B und Gib ihn. Und jetzt ist es ein bisschen schwierig, aus der Position hier heraus, zu sehen, ob sich hier bei diesem Hebel oder Schalter was tut. Ich fahre einfach mal ein bisschen. Und ihr achtet einfach mal drauf. Beziehungsweise wir halten mal an. Wenn wir jetzt hier sehen, bewegt sich. Gehen wir mal nach, machen wir mal weiter. Dass wir hier auf 100% kommen. Gucken wieder drauf. Ist auf rot. Gut, also diese Anzeige funktioniert und zeigt euch, oder soll im Endeffekt euch anzeigen, wie hoch das Pressvolumen am Ende des Tages ist. Ganz klar. Wir fahren hier wieder. Und ihr seht, der Pfeil geht nach oben. Jetzt sind wir wieder auf 100%. Jetzt drücke ich wieder Z. Der Ball wird ausgeworfen. Jetzt geht wieder nach unten. Und die Nadel bewegt sich. Wieder. Aber wirklich tobi. Kann man sagen. Das passt. Ist es vorbei jetzt. Ja, ansonsten, Lok ist sauber. Könnt ihr euch also auch bedenkenlos downloaden, das Ganze. Nun, mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu erzählen. Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann auch da rein. Tschüssi, Kowski.